Hellfarbe blau, die 76, Markus Rucker, Corina Wittger, mit hellfarben weiß, die 4,5. Ja, und die Manuel Schramm, der findet mir hier in meiner Aufstellung und Entführung gegangen, ist die Nummer 1, der Markus Minus und Markus Heiß, die Deutschen Meister 2014, haben sich hier an die Spitze gesetzt, vor dem Fahrberuf, nun Herr Kroksmeier, Benjamin Meier. Ja, noch der Hinweis an Sie, liebe Zuschauer, die Rennen in unserem Rahmenprogramm, die gehen jeweils nur über 3 Runden. Nur in der WM werden 4 Runden gefahren, ansonsten 3 Runden. Ja, Markus Minus, heute Vormittag 2-mal am Start gewesen, 2 Laufsiege, haben also schon 10 Punkte auf dem Konto. Und ein Problem bei der 4, bei Karl Keil, der hat anscheinend mit dem Motorprobleme fällt zurück. An der dritten Stelle war er gelegen, da ist es aus, also jetzt für die Nummer 4, Karl Keil mit Beifahrer Stefan Müller. Ja, vielleicht kommt er noch rüber um die Bahn, es geht ja noch um einen Punkt. Ja, das sieht jetzt nicht so aus. Wir kommen auf alle Fälle zu, ein Ergebnis mit der Nummer 1 Raufsieger, Der Stundenschnitt 104,9 kmh. Platz 2, die Nummer 20, Florian Kreuzmeier mit Beifahrer Benjamin Meier mit 4 Punkten. Sie haben dann bisher 10 Punkte. Dritter Platz, die 76, Marco Hunsrucker mit Beifahrerin Corinna Günther mit 3 Punkten. Sie haben bisher 8 Punkte gesammelt.